Musik 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 Das ist eine Herkulis, ich habe es jetzt auch nicht richtig gesehen. Das kann gut sein, dass die durchstarten, das weiß ich jetzt nicht. Ob die hier runter kommt? Ah, die will runter. Na ja, Herkulis. So, hier kommen wir an der German Wings dran vorbei. German Wings hat drei Maschinen vom Typ A. 319, 144 Personen passen da rein. Haben die hier am Flughafen Hannover, sind stationiert. So, jetzt sind wir gerade so unglücklich. So, da ist sie gelandet. Das konnte man gerade noch sehen. So, da fahren wir hier weiter rum. 200 Start-up-Landungen im Schuss. Ein apologize für die Yaarre Richtung, auf One Bad und Elitabyte. Das treffert sich fort. Es gibt eine hoher удобische Frage, zu zweitig meals. Da wurde die Liberation. Das erste Leiter ist aufheben. Heute bedanken dich, und haben wir Ihr Untervor 잠 multiculturalenեկer theyben? Der Basis gibt uns alle Zofoten zusammen. Der Basis hat nicht damit. Der Basis ist alle Hiale über 5 Nope. Auf der Fahrt gut festhalten. Flugzeug und Lubschrauber haben immer Vorrang. Nicht, dass hier nochmal scharf gebremst werden muss. Links und rechts haben wir schon die ganzen Fahrzeuge für die Flugzeugabfertigung. Hier unsere Autos für die Gepäckabfertigung. Und 308.000 Quadratmeter Vorfeldfläche haben wir hier zur Verfügung. Und jetzt schauen wir uns hier erstmal einen kleinen Teil an bis rüber zur Feuerwache, wo wir erstmal direkt hinfahren. Und jetzt schauen wir uns hier ein bisschen, genau an. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020